Was denn? Licht! Licht! Herzlich willkommen zurück, Feuergamer. Ja, ich habe es ja im letzten Video schon gesagt. Ich zocke sofort weiter. Wir sind hier irgendwie, warum auch immer, eingeschlafen. Und wir haben jetzt eine Taschenlampe von Bullet bekommen. Und es ist einfach super dunkel geworden. Was es wahrscheinlich jetzt nicht besser macht. Und hier liegt auf einmal so Zeug rum. Hat er auch gegessen? Nein, gegessen hat er nicht. F.M. 2176. Feldmanual. Oh, großartig. Erst seine Wäsche und Kursen. Jetzt was? Kommando? Warum sollte man das machen? Das ist ein Hinweis. Scheiße. Ist das eine Puppe? Das ist eine Puppe. Aber, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen zu schützen, oder? Okay, noch ein Hinweis. Oh. Oh. Kraftig. Die erste rote Videokassette ist schon eingelegt und Hilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Achte auf deine Umgebung. Wo ist denn das? Warum hast du Angst? Ja, die Mechanik hande ich jetzt noch, dass man, wie auch immer stand, die Realität beeinflussen kann. Das ist nicht möglich. Wir werden zusammen, Alice. Das ist wahrscheinlich Peters. Vielleicht kann ich beide einen Cent holen. Hier, riech. Jetzt soll ich mich nicht so viel bewegen. Hold it! Oder so. Du weißt, was zu tun, buddy. Es ist wie im Training. Ein guter Mann. Du wirst gut in der Forst, wenn du nicht so stark waren. Hold it! Hold it! Oh Gott! Oh Gott! Ja, 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 danke! Ich... Warum lächst du zurück? Was hast du gesehen? Ist du hier hoch? Oh, scheiße. Bist du hier oben? Ja. Hey! 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 Dann schenke mal hier, der den Film geschaut hat, weiß, was das bedeutet. Pull it! Pull it! Huh! Was ist passiert, Junge? Was ist passiert, Junge? Ich weiss, wenn Leute das tun. Ach so. Ich glaube, ich muss da mal hin, oder? Ich muss das, glaube ich, nehmen, oder? Das ist der Sonne der Wörter. Ich wollte nicht. Olga! Olga! Ist ja fast wie Dark. Bullet! Bullet! Mach mich nicht verrückt. Was ist los? Schon wieder Kapitel 4? Hallo? Gib mir meine Taschenöffel. Bullet, was ist denn hier? Was ist denn das? Hä? Das sah aus wie Wasser. Was ist das? Ich sollte mich nicht mehr aufnehmen. Ich sollte mich aufnehmen. Es ist wichtig. Sehr sicher. Geh, geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Gott, Mann, Ellis. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Erst ein Kind, und jetzt ein Kind. Es ist das nur was ich mache, ist, nach jemanden zu dieser ganzen Flügel. Wo du bist? Wir gehen nach einer Ravine und gehen nach nach nach. Zu einem alten Campsite. Wait, was? Wir sind durch diese Flügel. Wir haben keine Campsite. Du hast auch keine Campsite. Du hast auch nicht Peter's Cap. Listen, wir sind noch auf dem Weg. Wir gehen nach nach nach. Wir gehen nach nach nach. Gott, Mann, Ellis. Stopp' zu spielen als Heroin. Just sit down, bis wir dich finden. Emmett, find das Campsite und gehen nach nach. Ich habe eine Landmark. Something to point you in the right direction. Ellis. Ich werde dich posten. Over and out. Es waren so viele Leute. Warum bin ich der hier in diese Hexenwelt gestogen wird? Was ist das, Junge? Was ist das falsch? Gott, ich habe Angst. Gott, ich habe Angst. Warum? Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn Wasser? Ah, da ist wieder so ein Ding. Das ist komische Warnung. Das sieht nach einer Warnung aus, Junge. Check es doch. Umdrehen. Abhauen. Ich weiß, dass es nicht geht, aber ich würde so gerne einfach abhauen. Bullet? Bullet? Das ist wirklich lang? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Baum, aber ich meine das Rote. Was ist das? Was ist das? Dann geht das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich höre das alles nicht. Lass uns die gruseligen Geräusche ignorieren, Bullitt. Ja, genau die meine ich. Wir haben nur uns. Ich war im Krieg, oder? Ist das so ein Graben? Er will ja nicht rein, dann geh ich da auch nicht rein. Ist das ein Hinweis? Ich guck nur mal kurz. Bullitt! Oh nein. Ist das ein Bunker? Das Licht ist an. Ich kann da ein bisschen reingucken. Es ist abgeschlossen. Scheiße. Wir gehen leider nicht. So ein Mist. Lass uns weitergehen. Ich wollte Phasmophobia zockeln. Da habe ich noch andere Leute dabei. Jetzt spiele ich hier irgendwas alleine. Bullitt! Was ist das? Was hast du nicht? Was ist das? Das war Trash. Aber hier ist ja noch was drin. Aber hier ist ja noch was drin. Aber das ist alles müll, oder? Das ist alles müll, oder? Oh nein. Ach, du hast noch was. Eine Kassette. Ah, okay, das war der Bunker, ne? Wo bin ich denn hergekommen? Ich habe auf das Auto geschaut. Also von hier, glaube ich. Ich schätze mal, das liegt jetzt vor dem Bunker. Aber von wem wurde Peter verfolgt? Ich schätze mal, das ist ja. und wir sind die einzige, die helfen können. Wo geht's ab? Da ist doch was im Wald! Bullitt?! Aber Bullitt hat keine Angst! Bullitt hat keine Angst! Da ist nichts! Das Spiel hat mir gesagt, Bullitt zeigt mir, ob etwas Gefängnis kommt. Okay, scheiße! Bullitt zeigt uns, dass er Angst hat! Bullitt? Bullitt! Bullitt, ich hab kein Licht! Bullitt! Bullitt, beschütz mich! Bullitt! 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 Was ist denn das wo? Bullitt! 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 Was?! Kannst du mir helfen?! Helf mir! Helf mir! Helf mir! Was soll ich tun? Bullitt, geh nicht weg! Was ist das wo? Was ist das wo? Ja! Der ist weg! Der ist weg! Bullitt, der ist weg! Oh Gott! Bullitt! Oh Gott! Man kann dich nicht mal erholen! Bullitt! Bleib stehen! Ich bin kein Kind! Hier liegt was! Sind wir sicher? Pullit? wo bleibt ja danke nächste video das nächste video es siniksel Okay, das Band hatte auch eine andere Farbe, ich glaube das war jetzt ein Hinweis, dass das Licht die wegfällt was ist das Was ist das, Junge? Dieser Baum, scheint irgendwie zu kennenlernen Das ist das Video, oder? Das ist richtig. Ich habe es in dem Video gesehen. Was war das da, oder? Und was war das, oder? Ich habe mich schon nicht vertan. Das war ja was ich gerade versucht habe. Ich nehme mich gerade auf. Okay, ich kann auf die Bänder zurück gehen. Alles klar, das muss ich mir merken. Okay. 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 Vielleicht können wir... Oh Gott! Wir sind so nah. Was ist Bullitt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben keine Wahl. Lass uns zurück, Bullitt. Zurück, Bullitt. Wie kannst du zurück? Was ist das geil? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er meint ja jetzt nicht diese Kreatur. Der mit der Hand... Ich habe die Hand draufgelegt. Bullitt fühlt uns schon. Bei Bullitt fühle ich mich sicher. Bullitt? Ist da irgendwas? Bullitt? Ist da irgendwas? der Truck? Das muss ja vor dem Bunker gewesen sein, oder? Sonst hätten die ja gesagt, dass sie am Bunker sind. Ist ja, würde ich sagen, ein bisschen auffälliger mit so weißen Bäumen. Aber ich folge einfach, Bullitt. Der weiße Baum. Das ist der weiße Baum. Das ist der weiße Baum. Das macht Sinn. All of this. All of this. Es ist einfach schrecklich. Verdammt, Ellis. Es war ein Fehler, dass du hierher kommst. Du wolltest dich retten. Ich verstehe. Und ich wollte Hilfe. Aber das ist zu viel für dich. Du bist nicht richtig. Hey, nicht mit mir zu sprechen. Was willst du mir sagen, Ellis? Dass es alles gut und schrecklich ist? Weil ich sicher als hell versucht habe das. Und es funktioniert nicht. Screw dich, Emmett. Ich brauche deine Hilfe. Es ist du, der mich braucht. Ich brauche mich. Der Schmack-Forest, der noch remote nahe zu finden, den Kind. Ah. Ah. Emmett. Ah. Ah. Bullitt? Bullitt? Hier ist wieder was. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Aber Bullitt, zeig mir alles. Ich hab's gar nicht gesehen. Was ist denn das? Was ist denn das? Bullitt! Auf und weg! Haha. Festgebracht. Bullitt! 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 Ich hab kein Signal. Ja, danke dir Bullet, du bist echt Brudi, okay komm, das Kapitel muss doch jetzt irgendwann vorbei sein, was machen wir denn jetzt? Hast du eine Spur? Ich kann keinen Befehl geben. Okay, komm, wir gehen einfach wieder weiter zum Bunker. Ich schätze mal, wir müssen wieder hier lang. Ich hoffe mal, dass Bullet mir irgendwann wieder den Weg weist. Die fucking Tür ist so. Da ist das dran. Kann halt rein, sage das Licht. Ah, das Licht? Die Lichter. Was? Die Lichter, schau sie auf. Warum? Wer ist das? Hallo? Ja, warum nicht? Versteht, natürlich. Ach, Bullet, ich wollte Katzfahrer mit Schlüssel lassen. Haha, der hat einen. Ach, wie es wichtig ist. Na, guter Job, Junge. Ich schau erst mal hier kurz. Another missing person? 2000. Das ist doch jetzt auch schon ein bisschen was her, oder? I should take a look under the hood. Okay. Ich muss den Wagen reparieren. Ich habe es jetzt nicht gewusst, aber das hat halt geblinkt. Und die Batterie ist abgelöst. Wo ist das Licht? Das ist auf jeden Fall Licht. Es ist hell. Was? Wo bin ich? Das ist hell. Lass uns schnell abkommen hier. Ja, meine Gedanken sind exakt. Ach du Scheiße. Okay. Ich mach's hell. Abonnieren. Gefällt mir. Kommentiert. Wenn ihr mehr sehen wollt. Ansonsten muss ich überlegen, ob ich weiter zocke. Der zweite Part hat mich fertig gemacht. Und ich muss auch erstmal aufhören für heute. Das war mein Halloween. Geil. Der Ball liegt da übrigens. Der Ball liegt da übrigens. Wooh!